Heute habe ich für euch in der Filmfabrik wieder einen preisverdächtigen Film. Zero Dark Thirty heißt das Ganze. Regie führt Cass and Bigelow, die mit The Hurt Locker 2010 einen absoluten Oberhit bei den Oscars gelandet hatte. 2009 war das Ding bei uns im Kino. Viele haben ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das mit Zero Dark Thirty sein wird. Jessica Chastain spielt die Hauptrolle der Maya. Und hier geht es eben darum, wie wurde Osama Bin Laden gefasst. Das ist eine wahre Geschichte, denn wir wissen ja alle, wie das Ende eben war. Das ist auch tatsächlich mit das Ende vom Film. Aber wie ist das Ganze passiert? Und das Ganze wird so als CIA-Thriller aufgebaut. Ist ziemlich heftig, weil man viele Dinge auch sieht, wie dieses Waterboarding, das Foltern von Zeugen, was ja mittlerweile teilweise verboten ist, teilweise wieder nicht. Also sehr verquere Situationen eben, die wir da im Kino sehen. Und damit ihr erstmal wisst, wie das Ganze aussieht, habe ich für euch erstmal einen Ausschnitt. Die Stealth Panels, die Sie hier sehen, sind denen ähnlich, die wir bei der B2 einsetzen. Die Rotoren sind mit Dezibel-Killern gedämpft. Er ist langsamer als ein Black Hawk. Feuerkraft und Stabilität sind noch unzureichend, aber er kann sich verstecken. Also, hey, Entschuldigung, aber wofür brauchen wir sowas in Libyen? Gaddafi hat doch gar keine Luftabwehr mehr. Maya, wollen Sie Sie informieren? Es gibt zwei Vermutungen über den Verbleib von Osama Bin Laden. Die ihnen bekanntere ist die, dass Bin Laden sich in einer Höhle in irgendeinem Stammesgebiet versteckt, umgeben von einem großen Kontingent loyaler Kämpfer. Aber diese Einschätzung stammt aus der Zeit vor dem 11. September. Die zweite Vermutung ist, dass er in einer Stadt lebt. In einer Stadt mit zahlreichen Ausgangs- und Eingangspunkten. Zugang zu Kommunikationsmitteln, um die Verbindung mit der Organisation zu halten. Man kann kein globales Netzwerk interaktiver Zellen aus einer Höhle steuern. Ich habe ja gesagt, dass dieser Film preisverdächtig ist. Damit meine ich eigentlich nur, dass er extrem viele Nominierungen und Preise schon gewonnen hat, beziehungsweise eben noch aussteht, welche er gewinnt, zum Beispiel eben bei den Oscars. Ich muss dazu sagen, ich kann das nicht ganz verstehen, aber ich möchte erst mal zum Positiven kommen, denn ich versuche immer, das Positive so rauszustellen. Jessica Chastain macht ihre Sache unfassbar gut. Ich mag diese Frau wirklich unglaublich gern. Sie war ja auch schon bei The Tree of Life dabei oder auch den Film, den ich auch sehr mochte, The Help. Der lief bei uns im Jahr 2011 und hat ja auch den einen oder anderen Oscar gewonnen. Da war sie auch schon nominiert als beste Nebendarstellerin. Ich bin mal gespannt, wie das bei der Oscar-Verleihung ausgehen wird. Sie macht ihre Sache wirklich großartig. Ich nehme ihr diese harte, taffe Karrierefrau absolut ab. Und da muss ich sagen, wirklich Hut ab, fantastische Leistung. Reicht ja für mich persönlich nicht an, die von Marion Cotillard an. Aber es ist wirklich hervorragend und Jessica Chastain wird eine der ganz Großen in den nächsten zehn Jahren in Hollywood werden. Und wenn das die Filmfabrik prophezeit, dann muss es doch wohl wahr sein, oder nicht? Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich den Film nicht ganz so gut fand. Das möchte ich auch begründen. Es hat gar nichts damit zu tun, dass er sehr real ist. Gerade die Folter-Szenen sind wirklich heftig geworden. Oder dass ich die Geschichte grundsätzlich nicht mag. Also, weil es ist einfach eine geschichtsträchtige Nummer. Vor zwei Jahren ist das passiert mit Osama Bin Laden im Mai. Das ist ja wirklich eine sehr frische Nummer. Mein Problem an dem Film ist eigentlich, dass er so sehr dokumentarisch daherkommt. Manchmal mag ich das. Bei einem Thriller finde ich es ein bisschen schwierig, weil gerade so viele Informationen wieder kommen. Und diese chronologische Abfolge von den Dingen, die passiert sind, die sind sehr interessant, weil ich einige Sachen davon auch selber gar nicht mitbekommen habe. Aber da würde ich das lieber in der Dokumentation sehen, wo gerne Szenen nachgestellt werden können. Aber, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, aber für mich ist das halt eher so ein Info-Ding. Und für dieses Info-Ding finde ich ihn als Thriller einfach gar nicht spannend genug. Es berührt mich auch dieses Schicksal von Jessica Chastain's Figur einfach gar nicht. Die macht das zwar toll, aber es packt mich nicht und es nimmt mich nicht mit. Und ich bin ein bisschen verwirrt, weil er, wie gesagt, die sämtlichen Kritiker feiern diesen Film komplett ab. Ob ich nicht in der richtigen Stimmung war, diesen Film zu schauen, ob ich zu viele Filme in der Woche gesehen habe, Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, dass mich dieser Film wirklich beim besten Willen nicht vom Hocker gehauen hat. Was ich sehr schade fand, denn ich habe mich auch sehr gefreut, weil man diese Lobhudelei ja drumherum vorher schon gehört hat. Nur dafür muss dieser Film knackiger und spannender sein und das ist er aus meiner Sicht leider nicht geworden. Wer soll sich das Ganze auf jeden Fall anschauen? Das sind erstmal so ein paar Oscar-Freaks, die sagen, ich will alle Nominierten irgendwie auch im Kino gesehen haben. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, diesen Film euch anzuschauen? Also allgemein, die diese Militärgeschichten sehr mögen, also auch Freunde von The Hurt Locker, zum Beispiel von derselben Regisseurin, die können auf jeden Fall hier zuschlagen. Wer sollte sich das Ganze nicht angucken, sind eben diejenigen, die sagen, wenn ich schon extrem faktenorientiert bin und eben diese Spannung nur durch diese Fakten und durch dieses Abarbeiten von chronologischen Ereignissen sehen möchte, möchte ich lieber in einen Dokumentarfilm gehen, so wie es mir tatsächlich eigentlich ergangen ist, dann ist natürlich dieser Film auch eher eine mittelmäßige Geschichte, mal mit zweieinhalb Stunden ist er eben auch verdammt lang. Meine persönliche Bewertung sind sieben von zehn Punkten. Ich habe mir lange überlegt, so, was kannst du denn jetzt für diesen Film geben? Mir persönlich hat er, wie gesagt, nicht so gut gefallen, aber das ist auch immer Jammern auf hohem Niveau, denn er ist gut inszeniert, er ist schon gut gemacht, aber nimmt mich halt irgendwie nicht mit. Und das ist schwierig bei zweieinhalb Stunden, wenn ich merke, hey, der Film nimmt mich irgendwie nicht mit auf die Reise, in die er mich mitnehmen soll, denn ich gucke Filme immer sehr, dass ich in die Leinwand, in die Geschichte eintauchen kann und da war ich dann doch nur Betrachter. Ist für mich ein bisschen schade, für mich keiner, mein persönlich, kein persönlicher Oscar-Favorit. Ich finde, der muss nichts gewinnen, aber sieben von zehn Punkten sind natürlich kein schlechtes Ergebnis, sondern für die Filmfabrik ja immer noch ganz gut. Hat euch die Review gefallen und ist es für euch in Ordnung, dass ich einen Film nicht so feiere wie alle anderen Kritiker? Dann gebt mir den Daumen nach oben, wenn ihr sagt, Dominik, ich glaube dir das nicht, dass alle den so geil finden und du nur so okay, dann gebt mir den Daumen nach unten. Gerne aber auch bitte argumentieren, warum gut oder warum schlecht, freue ich mich immer sehr drüber. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, euch eine andere Review anzugucken und ansonsten sehen wir uns in nächster Zeit wieder mit der Filmfabrik aus der Filmkritik, was völliger Quatsch ist, aber mein Name ist und bleibt Dominik.